Ich weiß was. Albert E. erklärt unser Wetter. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Kennt ihr mich noch? Ich bin Albert. Wissenschaftler, Erfinder, Gelehrter, Forscher und absolut albertistisch-albertissimistischer Denkologe. Ich weiß was. Ich weiß sogar eine ganze Menge. Aber Alleinwissen ist langweilig. Also habe ich was mitgebracht von meinem Wissen. Heute geht es um ... Wie wäre es mit einem kleinen Denkologen-Rätsel? Also, es ist immer draußen. Es geht nie mit ins Haus. Es ist launischer als ein Launebär. Und man weiß nie, was es im nächsten Moment macht. Es kann ohne Eimer oder Gefäße Wasser aufnehmen, als wäre es ein Meer. Und es wird heiß wie die Wüste und schwitzt dabei selber nie. Hm. Es gibt sogar Menschen, deren Beruf es ist, über nichts anderes zu reden. Und wenn sie reden, klingen sie zum Beispiel so. In den frühen Morgenstunden haben sich die Nebelfelder aufgelöst. Der Vormittag beginnt mit Sonne. Die Temperaturen erreichen zunächst 22, im Laufe des Tages bis zu 28 Grad. Na? Das kann man zum Beispiel im Radio hören. Und wenn man das morgens hört und die Sonne schon durch die Vorhänge blitzen sieht, steht man doch gleich viel lieber auf, oder? Worum geht es also? Richtig, um das Wetter. Hört mal zu. Egal wo auf unserem Planeten ein Mensch lebt, jeder interessiert sich fürs Wetter. Und über kein Thema wird so oft gesprochen. Das Wetter beeinflusst unser ganzes Leben. Es bestimmt, welche Früchte wir ernten, Äpfel oder Bananen. Welche Bäume bei uns wachsen, Eichen oder Palmen. Welche Tiere bei uns leben, Amseln oder Papageien. Und das Wetter bestimmt darüber, wie wir unsere Häuser bauen. Es entscheidet darüber, was wir anziehen, ob wir unseren Geburtstag draußen feiern, ob wir die Heizung aufdrehen müssen. Dabei wünscht sich jeder etwas anderes vom Wetter. Die Bauern Regen, damit die Pflanzen auf den Feldern wachsen, die Segler Wind und die Strandurlauber Sonne, am liebsten wochenlang. Während wir aber unser normales Leben bei fast jedem Wetter weiterführen können, müssen Menschen in anderen Teilen der Erde manchmal ganz schön was aushalten. Zum Beispiel extreme Hitze. Die höchste Temperatur der Welt wurde in Libyen gemessen, einem Land in Nordafrika. 57,3 Grad. Oder unvorstellbar viel Schnee. Die dickste Schneedecke gab es in Colorado in Amerika. Dort fielen innerhalb eines Tages fast zwei Meter Schnee. Gefährlich schwere Hagelkörner kamen im asiatischen Bangladesch vom Himmel. Sie wogen ein ganzes Kilo. Und obwohl das Wetter überall auf der Welt zu verschieden ist, es entsteht immer auf die gleiche Art und Weise. In Deutschland genauso wie in Libyen, Colorado oder Bangladesch. Wie aber entsteht Wetter? Eigentlich ist es ganz einfach. Unser Wetter braucht drei Zutaten. Sonne, Luft und Wasser. Und das funktioniert so. Die Sonne erhitzt mit ihren Strahlen die Erde. Aber nicht gleichmäßig. Am Äquator ist die Luft zum Beispiel das ganze Jahr über sehr heiß. Am Nord- und am Südpol ist sie dagegen eisig kalt. Trotzdem wird es am Äquator nicht immer heißer und an den Polen nicht immer kälter. Dafür sorgt die Wettermaschine der Erde. Der Wind und die Ozeane transportieren ununterbrochen Wärme vom Äquator zu den Polen. Zum Ausgleich fließt kalte Luft vom Nord- und vom Südpol in Richtung Tropen. Weil die Sonne die Erde so ungleichmäßig erwärmt, ist die Luft rund um den Erdball ununterbrochen in Bewegung. Sie strömt von einem Ort zum anderen. Deshalb ändert sich das Wetter bei uns ständig. Neben Sonne und Luft ist Wasser wichtig für das Wetter. Durch die Wärme der Sonne verdunstet es. Es verwandelt sich in Wasserdampf. Wasser gibt es auf der Erde reichlich. Das meiste steckt in den Ozeanen, Meeren und Flüssen. Wasser verdunstet ebenso aus feuchter Erde. Auch eine ausgetrocknete Pfütze auf der Straße ist nicht einfach verschwunden. Sie ist zu Wasserdampf geworden. Die ganze Luft um uns herum ist voller Wasserdampf. Sehen kann man den aber nicht. Das Wasser ist gasförmig, unsichtbar. Aus dem Wasserdampf in der Luft können sich Wolken bilden. Und aus denen fällt der Regen. All das nennt man Wetter. Wetter, so wie wir es kennen, gibt es nur auf unserem Planeten. Andere Planeten wie der Mars oder die Venus haben zwar ebenfalls Wetter. Auf der Venus ist das Wetter aber zum Beispiel sehr ungemütlich. Der Himmel ist dort immer dicht von Wolken bedeckt und es stürmt ununterbrochen. Der Mond dagegen hat kein Wetter. Der Grund? Dem Mond fehlt eine Hülle aus Luft. Und ohne Luft ist kein Wetter möglich. Von einer solchen Lufthülle ist die Erde umgeben. Vom Weltall aus ist sie gut zu sehen. Sie ist bläulich und im Vergleich zur Größe der Erde nur ein dünner Schleier. Hätte die Erde die Größe eines Apfels, wäre die Lufthülle nur die Schale. Trotzdem ist diese Lufthülle lebenswichtig. Sie liefert uns die Luft zum Atmen, wärmt uns und schützt uns vor schädlichen Sonnenstrahlen. Wetterforscher nennen diese Lufthülle Atmosphäre. Das Wort kommt aus der griechischen Sprache. Atmos bedeutet Dunst. Sveira heißt übersetzt Kugel. Dunst um eine Kugel trifft es ja auch ganz gut, oder? Die Atmosphäre besteht aus mehreren Stockwerken. Wir leben im untersten Stockwerk. Das ist ungefähr 10 Kilometer über uns zu Ende. Das unterste Stockwerk nennt sich Troposphäre. Auch das ist ein griechisches Wort. Es bedeutet übersetzt so viel wie Kugel des Wandels. Auch das trifft es sehr gut. In dieser Etage spielt sich fast alles ab, was wir Wetter nennen. Und das ändert sich ständig. Und weil dem Mond eine solche Lufthülle fehlt, gibt es auf ihm nie Wetter. Kein Wind, keine Wolken, kein Regen und kein Schnee. Was für Wörter! Atmosphäre, Troposphäre, meine Güte! Und alles bedeutet doch im Grunde nur Luft, oder? Das Wetter ist eine Sache der Luft. Hättet ihr das gedacht? Und gerade weil es eine Sache der Luft ist, ist das Wetter eine geradezu albertistisch-albertastisch-fantastisch-wichtige Sache. Eine Wissenschaft. Den Menschen ist das Wetter nämlich fast genauso wichtig wie die Luft, die sie zum Atmosphären, kleiner Scherz, zum Atmen brauchen. Und wisst ihr, woran man das merkt? Dass die Menschen ständig ans Wetter denken? Dass das Wetter so wichtig ist? An der Sprache zum Beispiel merkt man das. Alle Dinge, die den Menschen wichtig sind, tauchen in ihrer Sprache auf. Es gibt viele, viele Redewendungen, die was mit dem Wetter zu tun haben. Kennt ihr welche? Na zum Beispiel, er macht ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Oder? Sie hat ein sonniges Gemüt. Oder? Du bist ja schnell wie der Wind. Denkt mal nach. Ihr kennt bestimmt noch mehr solcher Wörter oder Redewendungen. Und ihr kennt bestimmt viele Fragen, die mit dem Wetter zu tun haben. Warum ist der Himmel blau? Was ist Luft überhaupt? Und warum ist es im Sommer wärmer als im Winter? Warum kann Albert schneller denken als der allerallerschnellste Blitz-Tornado-Super-Tayphoon-Hurrikan? Kleiner Scherz. Hört mal weiter zu. Die Erde dreht sich einmal am Tag um die eigene Achse. Das ist aber noch nicht alles. Sie bewegt sich auch um die Sonne herum. Für eine Runde braucht sie ein ganzes Jahr. Die Erdachse ist dabei aber nicht gerade, sondern etwas zur Seite geneigt. So wie ein Globus. Auch der steht schräg. Bei der Umrundung der Sonne wirkt sich das auf die Erde aus. Einmal bekommt die obere, einmal die untere Hälfte der Erde mehr Sonnenlicht und Wärme ab. Wenn bei uns Sommer ist, ist der obere Teil der Erde, auf dem Europa liegt, der Sonne zugewandt. Das können wir gut beobachten. Im Sommer zieht die Sonne in einem hohen Bogen über den Himmel. Für diesen langen Weg braucht sie viel Zeit, mehr als zwölf Stunden. Deshalb ist es im Sommer so lange hell. Und die Erde hat mehr Zeit, sich aufzuwärmen. Außerdem wärmt die Sonne im Sommer besser, weil sie so hoch am Himmel steht. Ihre Strahlen treffen steiler auf die Erde. Im Winter ist der Bogen der Sonne über den Himmel viel niedriger. Die Tage sind deshalb nicht so lang. Die Sonne scheint kürzer. Die Erde hat nur wenig Zeit, sich aufzuwärmen. Und die Sonne wärmt nicht so gut, weil ihre Strahlen viel schräger auf die Erde treffen. Das mit den steilen und schrägen Strahlen kannst du gut mit einer Taschenlampe ausprobieren. Wenn du gerade auf ein Blatt Papier leuchtest, siehst du einen kleinen, aber kräftigen Kreis. Hältst du die Taschenlampe schräg, verteilen sich die Strahlen auf eine größere, ovale Fläche. Das Licht ist deshalb viel schwächer. Und so ist es auch mit der Sonne. Im Sommer ist sie kräftiger, im Winter schwächer. Das Licht der Sonne sieht für uns weiß aus. Es besteht aber eigentlich aus ganz vielen Farben. Aus Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. Mit all diesen Farben strahlt die Sonne durch die Lufthülle, von der unser Planet umgeben ist, zu uns auf die Erde. Dabei trifft der Sonnenstrahl unterwegs auf die vielen winzigen Luftmoleküle. Die Moleküle lenken das Licht unterschiedlich stark ab. Das blaue Licht wird besonders stark abgelenkt und in alle Richtungen gestreut. Dadurch werden die blauen Lichtstrahlen am ganzen Himmel verteilt. Und so sieht deshalb auch der Himmel aus. Blau. Und was ist Luft? Nun, Luft ist zwar unsichtbar, aber sie ist da. So wie Schokolade, Eis oder dein Spielzeug besteht auch Luft aus Molekülen. Sie sind so winzig, dass 30 Millionen von ihnen nebeneinander gerade mal einen Zentimeter Platz brauchen. Luft besteht vor allem aus Stickstoff, aber auch aus Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. In gasförmigen Stoffen, also auch in Luft, bewegen sich die Moleküle frei umher. Und zwar sehr schnell. Sie rasen mit 2000 Kilometern pro Stunde durch die Gegend. Wird Luft warm, rasen die Moleküle noch schneller, stoßen dabei zusammen und entfernen sich voneinander. Sie nehmen dann mehr Raum ein. Warme Luft dehnt sich also aus. Sie wird damit auch leichter und steigt. Aber egal, ob die Luft warm oder kalt ist, die winzigen Moleküle sind immer so weit voneinander entfernt, dass du die Luft nicht sehen kannst. Du kannst sie aber fühlen, zum Beispiel wenn du einen Luftballon aufbläst. Es ist Luft, die den Ballon vergrößert. Luft ist zwar leicht, trotzdem wiegt sie was. Das kannst du selbst überprüfen. Wenn du einen Luftballon vor dem Aufblasen auf eine Küchenwaage legst und ihn anschließend nochmal wiegst, weißt du, wie viel die Luft wiegt, die du hineingeblasen hast. Luft drückt mit ihrem Gewicht auf alles, was unter ihr ist. Das ist der Luftdruck. Je mehr Luft übereinander liegt, desto größer ist der Druck. Die Luft drückt auch auf uns. Und zwar ganz gewaltig. Auf jedem erwachsenen Menschen lastet ein Luftgewicht von 20.000 Kilogramm. Das ist so viel wie vier Elefanten wiegen. Aber unser Körper drückt mit gleicher Kraft dagegen. Deshalb spüren wir vom Luftdruck nichts. Wir spüren ihn nur, wenn er sich ändert. Hoch oben auf einem Berg zum Beispiel ist der Luftdruck niedriger, weil dort weniger Luft übereinander liegt. Die Luft enthält also weniger Luftmoleküle. Dass der Luftdruck oben niedriger ist als unten, merken wir zum Beispiel, wenn wir diesen Berg mit einem Auto herauffahren. Der Luftdruck ändert sich und das drückt ganz schön auf die Ohren. Das gleiche erleben wir, wenn wir in einem Flugzeug sitzen. Dagegen hilft nur Schlucken oder kräftiges Gähnen. Was für einen riesigen Druck Luft ausüben kann, kannst du an LKW-Reifen sehen. Die Luft darin drückt so stark, dass sie die Reifen eines Lastwagen tragen können, der 40 Tonnen wiegt. Mit einem kleinen Experiment kannst du dich selbst davon überzeugen, welche Kraft der Luftdruck hat. Fülle ein Glas randvoll mit Wasser und lege eine Postkarte oder ein Stück Pappe darauf. Presse die Postkarte fest auf das Glas und drehe es mit Schwung auf den Kopf. Wenn du die Postkarte jetzt loslässt, passiert nichts. Sie bleibt kleben. Der Grund? Die Luft drückt von unten gegen die Karte. Und zwar mit der gleichen Kraft wie das Wasser im Glas. Der Luftdruck, mal hoch, mal tief, spielt fürs Wetter eine ungeheuer wichtige Rolle. Wenn ihr im Fernsehen jemanden vor einer Wetterkarte seht, geht es fast immer auch um Hochs und Tiefs. Eine Gegend, in der der Luftdruck hoch ist, nennen Wetterforscher hoch. Ein Gebiet, in der der Luftdruck niedrig ist, wird tief genannt. Die Hochs und Tiefs auf den Wettervorhersagekarten sind 1000, manchmal aber auch 3000 oder 4000 Kilometer groß. Über dem nördlichen Teil des Atlantiks bilden sich zum Beispiel häufig Tiefdruckgebiete, weil dort die Temperaturunterschiede zwischen den warmen Regionen im Süden und den kalten Polargebieten im Norden besonders groß sind. Die Tiefdruckgebiete helfen, diese Unterschiede abzubauen. Wenn ein Tief im Anmarsch ist, müsst ihr mit Regen rechnen. In einem Tief strömt Luft nach oben und es bilden sich Wolken. Und wenn sich Wolken bilden, dann ist der Regen nicht mehr weit. Wenn die Wetterfrau oder der Wettermann im Fernsehen ein Hoch ankündigt, dann dürft ihr euch auf einen blauen Himmel freuen. Zumindest im Frühling und im Sommer. Der Grund? In einem Hoch sinkt Luft nach unten. Und wenn Luft sinkt, lösen sich am Himmel die Wolken auf. Und das bedeutet Sonne. Und weil Hochs und Tiefs so wichtig fürs Wetter sind, haben sie Namen. Jedes einen eigenen. So ist es für die Wetterforscher leichter, die Hochs und Tiefs auseinanderzuhalten. Früher hatten die Hochs jungen Namen und die Tiefs mädchen Namen. Das fanden die Frauen aber unfair. Schließlich waren dann Klara oder Wiebke dafür verantwortlich, dass es regnet. Heute kriegen die Tiefs deshalb in einem Jahr Mädchen und im anderen Jahr jungen Namen. Immer abwechselnd. Das ist ja auch wirklich gerechter. Finde ich auch. Wusstet ihr übrigens, dass es manchmal Hoch- und Tiefdruckgebiete gibt, die richtig schlau sind? Ein Regentief, das denken kann? Ein Sommerloch mit kühnen Ideen? Tja, das gibt's natürlich immer dann, wenn das Hoch- oder Tief Albert heißt. Okay, war wieder ein klitzekleiner Scherz. Aber kommen wir mal zurück zu dem, was am wichtigsten ist für das Wetter. Wisst ihr es noch? Der Regen, der Schnee, die Hitze? Nö, ist alles irgendwie Wetter. Aber am wichtigsten für das Wetter ist die Luft. Und wenn sich Luft bewegt, heißt das ein Pups. Aus, äh, nein, 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 aus, habe ich nicht gesagt. Das heißt natürlich, ähm, äh, das heißt natürlich Wind. Und wisst ihr, wie Wind entsteht? Wird gleich erklärt. Wind ist Luft, die sich bewegt. Am Meer entsteht Wind zum Beispiel so, dass die Sonne die Erde erwärmt, weißt du schon. Die Sonne erwärmt die Erde aber nicht gleichmäßig. So wird das Land tagsüber schneller warm als das Meer. Die Luft über dem Land wird dabei ebenfalls schneller warm und dehnt sich aus. Sie braucht sozusagen mehr Platz und drückt auf die Luft, die über ihr ist. Einen halben Kilometer über dem Erdboden steigt deshalb der Luftdruck über dem Land. Er ist jetzt höher als der Druck nebenan in der kalten Luft über dem Meer. Und weil Luft immer von einem Hochdruckgebiet zu einem Tiefdruckgebiet strömt, fließt die Luft nun in einem halben Kilometer Höhe vom Land zum Meer. Über dem Land ist damit am Boden sozusagen ein Luftloch entstanden. Diesen Platz füllt die kühlere Luft auf, die vom Meer nachströmt. Dabei bewegt sich die Luft. Es weht Wind. Und zwar vom Wasser aufs Land. Wetterforscher benennen Wind immer nach der Richtung, aus der er kommt. Weil der Wind vom Wasser weht, heißt er Seewind. Seewind kannst du beobachten, wenn du im Sommer am Meer Urlaub machst. Der Wind bläst dir tagsüber meistens vom Meer ins Gesicht. Aber warum ändert der Wind am Meer abends seine Richtung? Das Land, also Äcker, Wiesen, Plätze und Straßen, werden in der Sonne zwar schneller warm als das Meer. Sie kühlen aber abends auch schneller wieder ab. So kannst du es an einem heißen Sommertag kaum aushalten, barfuß über den Strand oder über eine Straße zu laufen. Zum Abend hin sind der Sand und die Straße aber auch schnell wieder kalt. Sobald die Sonne untergeht, ist das Meer daher wärmer als das Land. Es kann die Wärme länger speichern. Dann ist auch die Luft über dem Meer wärmer als die Luft über dem Land. Also genau anders herum als am Tag. Der Wind ändert damit seine Richtung. Er weht vom Land aufs Meer. Deshalb nennen ihn die Wetterforscher Landwind. Und warum weht manchmal gar kein Wind? Beim Landseewind und bei anderen Winden, die ebenfalls in kleineren Gebieten entstehen, entsteht bewegte Luft immer so. Luft fließt von einem Gebiet, in dem ein höherer Luftdruck herrscht, hin zu einem Gebiet, in dem der Luftdruck niedriger ist. Luft strömt also immer von einem Ort, an dem es sozusagen zu viel Luft gibt, hin zu einem Ort, an dem Luft fehlt. Es findet also ein Druckausgleich statt. Das kannst du wieder an einem Luftballon ausprobieren. Blase ihn stramm auf. Im Ballon herrscht jetzt hoher Druck. Wenn du die Öffnung loslässt, bläst dir die Luft kräftig ins Gesicht. Der Druckunterschied gleicht sich aus. Wind entsteht also nur, wenn es Luftdruckunterschiede gibt. Je größer die Druckunterschiede sind, desto stärker weht der Wind. Weht er heftig, nennen wir ihn Sturm. Weht der Wind extrem, heißt er Orkan. Auf der Erde gibt es viele verschiedene Arten von Windsystemen. Das Landseewindsystem ist eines davon. Mit den großen Hochs und Tiefs fließen rund um den Erdball aber auch häufig gewaltige Mengen Luft zwischen Orten, die weit voneinander entfernt sind. So kommt mit dem Wind aus dem Süden auch manchmal rötlicher Sand aus der Sahara zu uns geweht. Oder eiskalte Winterluft aus Island. Im Frühling 2010 rieselte uns aus Island sogar Vulkanasche auf den Kopf. Manchmal weht allerdings nicht mal ein laues Lüftchen. Windstille herrscht immer dann, wenn der Luftdruck zwischen zwei Orten gleich hoch ist. Dann gibt es nichts auszugleichen und es entsteht kein Wind. Das kannst du draußen prima beobachten. Kein Baum, kein Zweig und kein Blatt bewegt sich dann. Wie auf einem Foto. So, jetzt wisst ihr über die Luft und das Wetter so ziemlich alles. Aber wenn ihr denkt, dass die Luft nur Luft enthält, dann täuscht ihr euch. Die Luft kann tragen. Was zum Beispiel? Ja gut, Flugzeuge und Luftballons und Raketen und Papierdrachen. Aber was noch? Doch, denkt mal an Wetter. An schlechtes Wetter. Und? Schlechtes Wetter enthält? Genau. Regen. Und Regen ist? Wasser. Und wie zeigt sich Wasser in der Luft am liebsten? Na klar, als Schafe. Ihr wisst natürlich, was ich meine. Wolken. Weil die Sonne die Erde erwärmt, verdunstet auf der Erde jede Menge Wasser. Die Luft um uns herum ist deshalb voller Wasserdampf. Außerdem erwärmt sich durch die Sonne der Boden. Und der warme Boden erhitzt die darüber liegende Luft. Weil warme Luft dünner und leichter ist als kalte, steigt sie hoch. Je weiter sich die erwärmte Luft aber vom Boden entfernt, desto mehr kühlt sie wieder ab. Kalte Luft kann aber nicht so viel Wasserdampf speichern wie warme Luft. Der Wasserdampf beginnt deshalb zu kondensieren. Das bedeutet, der Wasserdampf wird wieder flüssig. Damit das klappt, müssen in der Luft ganz feine Teilchen schweben. Staubkörnchen zum Beispiel. Um diese Teilchen herum sammelt sich der Wasserdampf und wächst zu winzigen Wassertröpfchen heran. Zu Milliarden von allerfeinsten Wassertröpfchen. Und die sehen wir als Wolken am Himmel. Wolken können jedoch auch aus gefrorenem Wasser bestehen, also aus winzigen Eiskristallen. Milliarden winziger Eiskristalle zusammen bilden ebenfalls Wolken. In manchen Wolken steckt auch beides, Wassertröpfchen und Eiskristalle. Aber ob gemischt oder nicht, Wolken enthalten nicht nur Wasser, sondern auch jede Menge Luft. Übrigens, Wolken kannst du auch selber machen. Wenn du an einem kalten Wintertag ausatmest, entstehen aus deinem Atem feine weiße Wolkentröpfchen. Auch beim Kochen bilden sich Wolken. Du siehst sie, wenn du den Deckel vom Kochtopf nimmst. Der Dampf, der dann aufsteigt, ist nichts anderes als eine Wolke, wie du sie auch am Himmel siehst. Nur in Mini. Warum sind manche Wolken nun weiß und manche dunkel? Wenn du schon mal mit einem Flugzeug geflogen bist, dann hast du gesehen, wie Wolken von oben aussehen. Strahlend weiß. Und zwar alle. Sie baden richtig in der Sonne. Sogar die dickste Regenwolke sieht von oben weiß aus. Und das hängt mit der Sonne zusammen. Die gleiche dicke Regenwolke sieht von der Erde aus, nämlich ziemlich düster aus. Grau am Rand, dunkelgrau in der Mitte. Und das hat einen einfachen Grund. Je dicker eine Wolke ist, und Regenwolken sind ziemlich dick, desto weniger Sonnenlicht lässt sie durch. Gewitterwolken sind manchmal sogar fast schwarz. Das ist kein Wunder. Bei einer so gigantischen Wolke kommt die Sonne nämlich gar nicht mehr durch. Darum sieht sie von unten schwarz aus. Weiß sehen am Himmel nur die Wolken aus, durch die die Sonne noch hindurch scheinen kann. Schönwetterwölkchen zum Beispiel. Kann man auf Wolken gehen? Wenn du im Winter selbst mit deinem Atem eine Wolke machst, kannst du dir schon vorstellen, dass auf dieser Wolke nicht einmal eine Fliege gehen könnte. Und so ist es auch mit den großen Wolken. Eigentlich schade. Wir würden durch sie hindurchfallen wie ein Fallschirmspringer. Du kannst aber durch Wolken hindurchgehen, und zwar dann, wenn sie in deiner Nähe sind. Denn Nebel ist nichts anderes als Wolken. Auch Nebel besteht aus unzählig vielen Wolkentröpfchen, die so klein und leicht sind, dass sie in der Luft schweben. Und Nebel entsteht auf die gleiche Art wie eine Wolke, nur viel weiter unten. Er entsteht immer dann, wenn sich Luft direkt über dem Boden ganz plötzlich abkühlt. Und der Wasserdampf in der Luft zu feinen Wolkentröpfchen wird. Wenn du durch Nebel hindurchgehst, kriegst du ein echtes Wolkengefühl. Vor lauter Tröpfchen kannst du kaum noch was sehen. Wolken haben übrigens auch Namen. Das verdanken wir einem Apotheker, der im 19. Jahrhundert in London gelebt hat. Der Mann hieß Luke Howard. Bevor er den Wolken Namen geben konnte, musste er jedoch erst einmal lernen, sie voneinander zu unterscheiden. Luke Howard hatte schon als Kind stunden- und tagelang in den Himmel geguckt und dabei viele verschiedene Wolken beobachtet. Howard entdeckte drei verschiedene Wolkenformen, also Wolken, die so oder so ähnlich immer wieder am Himmel auftauchen. Wolken, die wie zarte weiße Federn aussehen, nannte er Cirrus, ein lateinisches Wort, das übersetzt so viel wie Haarlocke bedeutet. Wolken, die aussehen wie ein Schaf oder ein Blumenkohl, nannte er Cumulus. Das bedeutet übersetzt Haufen. Und Wolken, die wie eine dicke Decke am Himmel liegen, taufte er Stratus. Stratus bedeutet übersetzt Schichtwolke. Und eine Wolke, die Regen im Gepäck hat, bekam einen sehr schönen, schlichten lateinischen Namen. Er nannte sie Nimbus. Das bedeutet Wolke. Inzwischen wissen Wetterforscher außerdem, dass Wolken in drei verschiedenen Höhen am Himmel schweben. Jede Wolkenfamilie wohnt in einem anderen Stockwerk. Zur ersten Wolkenfamilie zählen alle hohen Wolken. Sie schweben zwischen 6 und 14 Kilometern über der Erde. Sie bestehen komplett aus Eiskristallen, weil es dort oben extrem kalt ist. Im mittleren Stockwerk wohnt die Familie der mittelhohen Wolken. Sie sind zwischen 7 und 2 Kilometern vom Boden entfernt. Mittelhohe Wolken bestehen aus Eiskristallen und Regentropfen. Im untersten Stockwerk gibt es die tiefen Wolken. Tiefe Wolken schweben höchstens 2 Kilometer über uns. Sie bestehen aus Wasser. Auch Nebel zählt zur Familie der tiefen Wolken. Außerdem gibt es noch außergewöhnlich hohe Exemplare. Die erstrecken sich über mehrere Stockwerke. Wenn nun eine Wolke in der mittleren Etage schwebt, soll man das auch an ihrem Namen ablesen können, finden Wetterforscher. So können sie sich auf der ganzen Welt prima über Wolken unterhalten. Wolken heißen nämlich überall gleich. Der Name einer Wolke im mittleren Stockwerk beginnt deshalb mit Alto. Wenn die Wolke außerdem wie ein Haufen aussieht, heißt sie zusätzlich Cumulus. Eine Haufenwolke im mittleren Himmelsstockwerk heißt also Alto Cumulus. Sie ist die klassische Schäfchenwolke. Wohnt eine Wolke ganz oben, beginnt ihr Name mit Zirro. Wenn sie ebenfalls wie ein Haufen aussieht, dann nennen Wetterforscher sie Zirro Cumulus. Sie sieht aus wie eine feine Schäfchenwolke. Wolken aus dem untersten Stockwerk heißen dagegen nur so, wie sie aussehen. Zum Beispiel Cumulus, also Haufen. Oder Stratus, also Schicht. Ach ja, und eine dunkle Schichtwolke im unteren oder auch mittleren Stockwerk, aus der es bald regnen wird, heißt nicht einfach nur Stratus, sondern Nimbostratus. Ist doch eigentlich alles ganz einfach, oder? Dafür, dass es Wolken schon immer gab, haben die Menschen aber ganz schön lange dafür gebraucht. Eine Wolke gibt es noch, deren Namen du dir merken solltest. Sie ist der absolute Herrscher des Himmels und du hast sie ganz bestimmt schon mal gesehen. Sie heißt Cumulonimbus. Am Namen kannst du ablesen, sie ist ein Haufen und zwar ein Riesiger und einer, der Regen bringt. Und nicht nur das. Wenn dieses blumenkohlartige Ungetüm am Himmel erschien, dachten die Menschen früher, dass die Götter zornig sind. Denn sie hat einiges zu bieten. Wenn Cumulonimbus im Anmarsch ist, drohen Unwetter, Stürme, heftige Regenschauer, Blitz und Donner und manchmal sogar Hagel. Cumulonimbus kann bis über 10 Kilometer hoch werden und quillt dann von der untersten Etage durch alle drei Stockwerke den Himmel hinauf. Zum Glück wissen wir heute, dass niemand zornig ist, wenn diese gewaltige Wolke am Himmel erscheint. Warum ziehen Flugzeuge weiße Streifen hinter sich her? Sind das auch Wolken? Die weißen Streifen sind nichts anderes als künstliche Eiswolken. Sie heißen auch Kondensstreifen. Sie entstehen in 10 Kilometern Höhe und sind damit im Stockwerk der obersten Wolkenfamilie zu Gast. Weil dort oben eisige minus 40 Grad herrschen, verdichtet sich der Wasserdampf in den Abgasen der Flugzeuge direkt zu Eiskristallen. Die feinen Staubkörner, die nötig sind, damit sich überhaupt Eiskristalle und damit eine Wolke bilden kann, sind in den Abgasen schon gleich enthalten. Die Eiswolke, die wie eine strahlend weiße Girlande über dem Himmel liegt, ist auch der Grund, warum wir so weit entfernte Flugzeuge überhaupt noch sehen können. Ohne das weiße Wolkenband wäre der Flieger nur ein Punkt am Himmel. Und nun zu einer ganz wichtigen Frage. Was muss passieren, damit es regnet? Also die Wassertröpfchen in einer Wolke, die Wolkentröpfchen, sind noch kein Regen. Sie sind dafür viel zu winzig. Bis sich ein kleiner Regentropfen mit einem Durchmesser von einem Millimeter gebildet hat, müssen eine Million Wolkentröpfchen zusammenwachsen. Sobald es in einer Wolke kälter wird, verschmelzen allmählich winzige Tröpfchen zu größeren. Sie werden schwerer, fallen und nehmen auf dem Weg nach unten weitere Tröpfchen in sich auf. So werden sie immer dicker, bis sie sich irgendwann nicht mehr in der Luft halten können. Es fängt an zu regnen. Wenn Regen so entsteht, nennen Wetterforscher ihn warmer Regen. Der Grund? Das Wasser in der Wolke war nicht gefroren, die Tropfen sind aber sehr fein. Einen Regenschirm brauchst du dafür nicht. Richtig dicke Regentropfen entstehen aus Wolken, in denen sowohl Eiskristalle als auch Wolkentröpfchen vorkommen. Weil Wolkentröpfchen mehr verdunsten als Eiskristalle, saugen die Eiskristalle den Wasserdampf in sich auf und werden immer größer, während die Wolkentröpfchen immer kleiner werden. Genau wie beim warmen Regen sammeln die großen Eiskristalle die kleinen auf, während sie herunterfallen und wachsen dadurch schnell. Bis sie schließlich zu großen Schneeflocken geworden sind und sich in der Wolke nicht mehr halten können. Während die Schneeflocken zur Erde fallen, wird die Luft unterwegs langsam wärmer, die Schneeflocken schmelzen und kommen als große, dicke Regentropfen auf der Erde an. Wenn Regen so entsteht, nennen Wetterforscher ihn kalter Regen. In der Wolke war es unter 0 Grad, eisig kalt. Nur im Winter, wenn auch die Luft unterwegs nicht wärmer als 0 Grad ist, landen Schneeflocken übrigens so auf dem Boden, wie sie aus der Wolke herausgefallen sind. Als Schnee. Wie Regen entsteht, kannst du übrigens auch in der Küche sehen. Beim Kochen. Und zwar dann, wenn vom Deckel dicke Tropfen in den Topf fallen. Ist das Regenwasser aber nicht irgendwann mal zu Ende? Nein, zum Glück nicht. Weil die Sonne die Erde erwärmt, verdunstet überall Wasser. Es steigt mit der warmen Luft auf. Es sammelt sich in Wolken, kühlt ab und fällt als Regen, Schnee oder Hagel wieder auf die Erde. Und irgendwann steigt jeder Tropfen wieder in die Höhe. So geht kein Wasser auf der Erde verloren. Das ist der Kreislauf des Wassers. Und noch eine Frage. Können Menschen Wolken zum Regnen bringen? Einige Naturvölker führen Regentänze auf, um Wolken nach einer langen Dürre zum Regen zu bringen. Andere Völker geben sich nicht mit Tänzen zufrieden. In Russland, China und Amerika werden Wolken beschossen, von Flugzeugen aus, mit Silberjudit, einer Art Kristallsalz. Diese winzigen Kristallteilchen sollen dafür sorgen, dass sich, wie in der Natur, aus dem unsichtbaren Wasserdampf in der Luft Wolken bilden. Oder dass Wolken, die schon da sind, endlich regnen. Der Sinn dahinter, die Menschen wollen strahlend schönes Wetter. Zum Beispiel, weil ein wichtiger Feiertag vor der Tür steht. Das ist ungefähr so, als würdest du versuchen, an deinem Geburtstag alle Wolken vom Himmel zu holen, damit du draußen feiern kannst. In Russland scheint das zu klappen. Wichtige Militärparaden finden selten bei Regen statt. Auch in Oberbayern, also im Süden von Deutschland, schwören manche Menschen darauf, auf diese Art schwere Hagelstürme zu verhindern. Trotzdem wissen Wetterforscher bis heute nicht, ob das Wolkenbeschießen mehr bringt als ein Regentanz. Denn vielleicht wäre es ja auch ohne trocken geblieben. Apropos trocken. Manchmal, wenn du im Sommer frühmorgens aus dem Fenster siehst, glitzern viele Pflanzen. Sie sind mit Tau überzogen. Tau entsteht, wenn der warme Boden über Nacht stark abgekühlt ist. Dann kondensiert der Wasserdampf der Luft direkt an den Pflanzen zu kleinen Tröpfchen. Und die funkeln an Grashalmen und Blättern. Aber wie gesagt, du musst früh aufstehen. Sobald die Sonne warm genug ist, ist der Tau verdunstet und verschwunden. Übrigens, im Herbst oder Winter entsteht auf die gleiche Weise Reif. Mit einem Unterschied. Bäume, Sträucher und Zäune tragen den feinen, silbrig glänzenden Eisschmuck, weil sich der unsichtbare Wasserdampf in unzählige Eiskristalle verwandelt hat. Ende des 19. Jahrhunderts lebte in Wermond, das liegt in Amerika, ein Mann namens Wilson Bentley. Er war Farmer und verbrachte tausende von Stunden damit, Schneeflocken zu erforschen. Er fing die Flocken auf einem samtbezogenen schwarzen Tablett und trennte die einzelnen Kristalle vorsichtig mit einer Feder voneinander und legte sie dann unter ein Mikroskop und fotografierte sie. Im Laufe seines Lebens fotografierte er 5000 Schneekristalle. Einige Menschen hielten ihn damals für verrückt. Aber seine Fotografien werden bis heute in Büchern veröffentlicht. Und weißt du, was Wilson Bentley an den Schneekristallen in all den Jahren am allermeisten überrascht hat? Es gab keine Form, die zweimal vorkam. Kein Schneekristall sieht aus wie der andere. Wenn du im Winter ein paar Schneeflocken auf ein schwarzes Blatt Papier legst, kannst du sie mit einer Lupe selbst untersuchen und dich davon überzeugen. Und was sagt der Denkologe und Albertist dazu? Schneekristalle sind wie Menschen. Denn auch die Menschen sind alle verschieden. Jeder Mensch ist was Besonderes, einzigartig. Ganz gleich, ob er oder sie, Albert oder Amelie oder Bastian oder Christiane oder Daniel oder Elena oder ganz gleich wie heißt. Alle von euch haben was ganz Besonderes oder können was Besonderes. Manche sind Denkologen wie ich. Manche sind Musikologen und spielen Flöte oder Klavier. Manche sind Malologen und können tolle Bilder malen. Manche sind Sportologen und können schnell laufen oder weit springen. Manche sind Rechnologen und können gut 22 und 8 zusammenzählen. Ja. Und beim Wetter gibt's natürlich auch ganz besondere Wetter. Aufsehenerregende Wetter. Wisst ihr, was ich meine? Schnee hatten wir ja schon. Aber was wäre zum Beispiel ein ganz besonderer Schnee? Hm. Hagel. Oder Graupel. Und ganz besonderer Regen kommt mit Blitz und Donner daher. Fangen wir mal mit Graupel und Hagel an. Graupel und Hagel entstehen in Gewitterwolken. Sie sind hoch und voller Wasser und Eis. Und in Gewitterwolken geht es stürmisch zur Sache, wie in einem wild gewordenen Aufzug. In der Wolke lagern sich an die Eiskristalle ganz viele Wolkentröpfchen an. Es entsteht Graupel. Kleine, weiche, undurchsichtige Körnchen, die bei einem Gewitter niederprasseln. Manchmal sind die Aufwinde in der Wolke aber so stark, dass die Graupelteilchen nicht zu Boden fallen, sondern von starken Winden in die Höhe gerissen werden und mit Regentropfen zusammenwachsen. Beim Herunterfallen kommen andere Regentropfen dazu. Die Eiskörner werden größer. Bei jeder Fahrt in die Höhe wächst eine neue Eisschicht. Irgendwann sind die Körner so schwer, dass sie auf die Erde fallen. Und zwar als Hagel. Hagelkörner sind meistens nur so groß wie Erbsen, manchmal wie Murmeln. So groß wie Golfbälle sind sie zum Glück nur selten. Wenn du genau hinsiehst, erfährst du von einem Hagelkorn, wie oft es im Wolkenaufzug unterwegs war. Wenn du es von einem Erwachsenen mit einem scharfen Messer aufschneiden lässt, kannst du durch eine Lupe einzelne Schichten zählen. Je mehr Schichten das Hagelkorn hat, desto häufiger wurde es in der Wolke herauf- und heruntergerissen. Und wie entstehen Blitz und Donner? Cumulonimbus hast du schon kennengelernt. Die blumenkohlartige, gewaltige Gewitterwolke entsteht, wenn die Luft heiß und feucht ist, also besonders oft im Sommer. Sie ist unten, flach und dunkel, quillt hoch über dem Himmel auf, wird oben weiß und weitet sich wie ein Amboss zu den Seiten aus. In der Gewitterwolke schwirren Milliarden von Tröpfchen, Eiskristallen und Eiskörnchen umher. Jedes der kleinen Teilchen ist geladen. Positiv oder negativ? Das hast du vielleicht schon mal auf einer Batterie gesehen. Die Seite mit dem Plus ist positiv, die mit dem Minus negativ geladen. Wenn man die Batterie in ein Spielzeug einlegt, fließt Strom. Zurück zur Wolke. Je höher sie wächst, desto mehr positiv und negativ geladene Teilchen kommen dazu. Die positiven Teilchen verteilen sich oben in der Wolke, die negativen Teilchen unten. Vergrößert sich die Wolke, vermehren sich die Tröpfchen in rasendem Tempo. Mit jedem Teilchen wächst die Spannung zwischen oben und unten. Irgendwann ist sie so groß, dass die Wolke sich entlädt, Strom fließt. Es blinzt. Hat sich ein Blitz gebildet, ist die Luft drumherum extrem aufgeheizt. Sie kann bis zu 30.000 Grad heiß sein. Durch die Hitze entsteht ein enormer Druck. Die Luft explodiert. Es knallt. Es blitzt und donnert immer gleichzeitig. Wir sehen den Blitz nur früher, weil das Licht schneller ist als der Schall. Etwas Ähnliches wie beim Donnern passiert übrigens, wenn du in einen Luftballon stichst. Die Luft, die in dem Ballon zusammengepresst war, hat sich explosionsartig ausgedehnt. Ein Gewitter kann gefährlich werden, wenn es in unserer Nähe ist. Je schneller wir nach einem Blitz den Donner hören, desto näher ist das Gewitter. Wie nah, kannst du selbst herausfinden. Wenn du einen Blitz siehst, zählst du die Sekunden, bis es donnert. Du zählst zum Beispiel bis 15. Wenn du die Sekunden durch drei teilst, weißt du, in wie viel Kilometer Entfernung es geblitzt hat. In unserem Beispiel sind es 5 Kilometer. Wenn du nach dem nächsten Blitz nochmal zählst und rechnest und eine kleinere Zahl herauskommt, weißt du, das Gewitter ist näher gekommen. Wenn ein Gewitter nur noch drei Kilometer entfernt ist, solltest du möglichst nicht mehr draußen sein. Am besten du gehst in ein Gebäude oder setzt dich in ein geschlossenes Auto. Wenn nichts von beidem in der Nähe ist, solltest du nicht wegrennen. Besser ist es, wenn du dich mit geschlossenen Füßen auf ein freies Feld hockst und dabei mit den Armen die Beine umschlingst. So machst du dich klein. Falls du mit dem Fahrrad unterwegs bist, unbedingt absteigen und es stehen lassen. Ebenfalls gefährlich ist es, sich unter einen alleinstehenden Baum zu stellen. Ein Blitz sucht sich immer den kürzesten Weg zur Erde. Und ein alleinstehender Baum ist eine Abkürzung. Und das gilt für jeden Baum, egal ob Eiche oder Buche. Ganz besonders gefährlich ist es, bei einem Gewitter zu schwimmen oder Boot zu fahren, also unbedingt raus aus dem Wasser. Wenn du diese Regeln beachtest, kann dir bei einem Gewitter nichts passieren. Von einem sicheren Platz aus, zum Beispiel am Fenster, kann es sogar richtig Spaß machen, dem Naturschauspiel zuzusehen. Mit ein bisschen Glück kannst du nach einem Gewitter einen Regenbogen am Himmel entdecken. Sehen kannst du ihn aber nur, wenn du die Sonne im Rücken und den Regen vor dir hast. Jeder Wassertropfen spaltet das weiße Licht der Sonne in seine Farben auf und wirft sie wie ein Spiegel zu dir zurück. Jede Farbe biegt dabei in eine andere Richtung ab. Am wenigsten ändern die roten Farbstrahlen ihre Richtung. Blau und Violett biegen am stärksten ab. Der Regenbogen sieht deshalb immer gleich aus. Zuerst kommt rot, dann orange, gelb, grün und dann blau, indigo und violett. Ach ja, der Regenbogen ist umso größer, je niedriger die Sonne steht. Jetzt hast du sehr viel über das Wetter gehört. Eine ganz wichtige Frage bleibt aber noch. Warum wissen Meteorologen, wie das Wetter wird? Nun, weil sie den ganzen Tag nichts anderes machen, als das Wetter rund um den Erdball ununterbrochen zu beobachten und zu messen. Denn das Wichtigste für einen Wetterpropheten, er muss wissen, wie das Wetter jetzt ist und zwar auf der ganzen Welt. Nur dann kann er wissen, wie sich das Wetter entwickelt. Denn das Wetter, das heute in Island oder Sibirien herrscht, kann morgen zu uns gezogen sein. Beim Wettermessen arbeiten über 180 Länder der Welt zusammen. Sie beobachten das Wetter in über 11.000 Bodenstationen. Sie messen die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, den Luftdruck, die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung. Auch tausende Flugzeuge, Schiffe und Bohrinseln liefern Wetterdaten. Sogar hoch über den Wolken wird das Wetter gemessen. 2000 Wetterballone steigen täglich 30 Kilometer in den Himmel. Und sogar vom Weltall aus wird das Wetter beobachtet. Satelliten kreisen um die Erde und sammeln Informationen über die Atmosphäre und die Erdoberfläche. Auf Satellitenbildern lässt sich zum Beispiel erkennen, wo es gerade Wolken gibt und wohin sie ziehen. Heraus kommen Millionen von Messungen. Die werden an Wetterämter in der ganzen Welt verschickt. In Deutschland laufen sie in der Zentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach ein. Dort steht ein Supercomputer, der aus diesen Daten errechnet, wie sich das Wetter in den nächsten Minuten, Stunden und Tagen entwickelt. Nach drei Stunden ist die Rechnung fertig. Heraus kommen Wetterkarten, wie du sie so ähnlich auch aus dem Fernsehen kennst. Aber trotz aller Zahlen, kein Meteorologe kann das Wetter immer haargenau vorhersagen. Denn dazu ist das Wetter viel zu chaotisch. Aber wenn es nicht gerade um ein Unwetter geht, ist das ja auch nicht so schlimm. Genau. Oder um die Kirschblüte in Japan. Den Zeitpunkt der Kirschblüte in Japan nicht genau vorauszusagen, ist sehr schlimm. In Japan sind die Menschen nämlich Kirschblütologen. Ehrlich. Ehrenwort. Wenn in Japan die Kirschbäume blühen, versinkt das ganze Land in einem wunderschönen, zartrosa Blütenmeer. Die Vorfreude der Japaner auf dieses Ereignis ist geradezu albertastisch groß. Mit dem Tag der Blüte beginnen riesige Volksfeste. Die Meteorologen in Japan müssen deshalb für jede Region auf den Tag genau vorhersagen, wann sich die Knospen der Kirschblüten öffnen. Die besten Picknickplätze in den Park sind sofort ausgebucht, sobald der Termin für die Kirschblüte verkündet ist. Wegen eines Computerfehlers ist die Berechnung der Kirschblüte für die Hauptstadt Tokio aber mal schiefgegangen. Sie lag mehrere Tage daneben. Danach musste der zuständige Meteorologe im Fernsehen auftreten und sich vor der ganzen Nation mit tiefen Verbeugungen für die falsche Vorhersage entschuldigen. Tja, und ich sage jetzt, Das war jetzt auch eine Entschuldigung, eine japano-denkologische. Dafür, dass jetzt Schluss ist. Bis zum nächsten Mal. Hört mal wieder rein, wenn ich neue Geschichten mitbringe. Es gibt viel zu entdecken bei Ich-Weiß-Was. Über den Wald, den Zoo, den Wilden Westen, die Indianer, die Eisenbahn, über Baustellen, Flughäfen, über den Traum vom Fliegen, die Sonne, die Jahreszeiten, die Feuerwehr und, und, und. Macht's gut, euer Alberto Strato Cumulus.